Nanu? Mit wem kuschelt denn Tommy Schmidt? Der Podcaster und die Influencerin Caro Dauer sollen seit Dezember getrennt sein. Die Liebe der beiden hält zwei Jahre. Rund zwei Monate später scheint der Moderator allerdings wieder in festen Händen zu sein. Der 34-Jährige wird dabei erwischt, wie er am Rosenmontag ziemlich vertraut mit einer Frau unterwegs ist. Die zwei sitzen eng beieinander auf einer Parkbank und spazieren durch die Kölner Innenstadt. Seinen Arm legt Tommy um die Schultern seiner Begleitung. Doch wer ist die unbekannte Dame? Es soll sich um die Schauspielerin Lea Zoe Voss handeln. Laut Freunden kennen sie sich schon länger und arbeiten gemeinsam. Bisher äußern sich die zwei nicht zu den Gerüchten. Es bleibt also weiterhin spannend, ob Tommy eine neue Frau an seiner Seite hat.